Hallo liebe Podcast-Freunde, herzlich willkommen zur 203. Ausgabe und heute sind wir in Remsek, in der Nähe von Ludwigsburg. Einen Musiker habe ich heute an meiner Seite. Warum wir hier sind, das werdet ihr alles gleich erfahren. Er hat sich sonst eigentlich eher ein bisschen, sag ich mal, in der zweiten Reihe mal aufgehalten. Er hat Schlagzeug gespielt bei der Gruppe Pur und nun steht sein Solo-Album sozusagen am Start. Hallo und herzlich willkommen Roland Gless. Hallo zusammen, ich freue mich. Tja, Gruppe Pur war jahrelang deine Band, du warst Mitbegründer. Warum hast du dich gelöst? Was war der Grund, wenn wir da mal ein bisschen in der Richtung einsteigen dürfen? Wir haben eine unwahrscheinlich schöne Zeit zusammen gehabt, aber gegen den Schluss hat es einfach menschlich und musikalisch nicht mehr zusammen gepasst und Menschen entwickeln sich unterschiedlich und von daher war es für beide Seiten die beste Lösung, sich zu trennen. So bin ich jetzt seit über einem Jahr auf Solo-Pfaden unterwegs und bringe jetzt im März meine Solo-CD auf den Markt und ich bin voller Energie, voller Elan und ich bin sehr, sehr glücklich, wie die Sache so gelaufen ist. Mein Glas ist natürlich immer in der heutigen Zeit etwas schwierig, dass man da wieder was Neues an den Start kriegt, aber ich denke, du bist ja schon jahrelang im Geschäft und weißt, wo der Pfeffer wächst sozusagen. Ja, also ich, wenn ich so zurückblicke, was waren die schönsten Zeiten, schönsten Jahre bei PUR. Es waren sicherlich tolle Zeiten, auch die ganz großen Erfolge zu feiern mit Seiltänzertraum, Abenteuerland und die vielen Jahre danach. Dennoch muss ich sagen, für mich persönlich die bewegendsten, die Zeiten, die am meisten Spuren hinterlassen, waren die des Aufbruchs, des Teamgeists, ein Ziel gemeinsam verfolgen. Als wir in Stuttgart die Liederhalle gerade mal so ausverkauft hatten mit dreieinhalbtausend Menschen und woanders in Bayern zum Beispiel noch um Dutzende von Zuschauern gekämpft haben, dass wir da vielleicht gerade 60 oder 80 Personen da haben. Das war so dieses, ja, diese Aufbruchsstimmung einfach zu spüren, fand ich persönlich mit am schönsten, weil einfach auch die Möglichkeit war, noch mit dem Fan direkt Kontakt aufzunehmen, nach dem Konzert noch Autogramme zu unterschreiben, für das eine oder andere Gespräch sich noch Zeit zu lassen. Das war, finde ich, also für mich persönlich so die schönste Zeit. Wenn man jetzt gerade die vergangene Woche nochmal so zurückblickt, dein Album ist rausgekommen, am 11. März ist es erschienen und dann gab es noch ein persönliches Highlight sozusagen, einen Runden. Darf man verraten, wie viel? Ja, ich bin 50 geworden jetzt am Dienstag und war natürlich ein persönliches, ganz, ganz großes Highlight. Leider nicht zu Hause feiern können. Ich war hier in Kiel und habe für Parkinson kranke Menschen gespielt. Das war auch für mich ein sehr bewegendes Ereignis. Das schönste Geburtstagsgeschenk, denke ich, ist meine CD. Da wollte ich gerade drauf hinaus, genau. Nach den vielen Jahren. Da geht ein großer Traum, vielleicht ein zweiter Lebenstraum in Erfüllung. Mit der CD im Gepäck werde ich jetzt Deutschland bereisen, werde ich zurück zu euch, zurück zu den Fans gehen und mit vielen, vielen Konzerten in Deutschland präsent sein. Die Lieder auf der CD sind ja eigentlich alle aus deiner eigenen Feder sozusagen. Hast du die alle selber geschrieben, getextet und komponiert? Text und Musik auf dieser ganzen CD ausnahmslos, alles von mir selbst. Bin ich sehr, sehr froh darüber, weil es ein tolles Feeling ist, einfach mit dem Instrument auch Atmosphäre einzufangen, musikalisch umzusetzen, dazu auch die passenden Texte, die das Leben ja irgendwo einem vorgibt, auch schreibt, dann mit zu integrieren. Vielleicht daher auch dieses Authentische, das da passiert. Und ich wollte einfach auch bei PUR nach dieser Trennung jetzt nicht einer sein, der sich jetzt irgendwie aus dem Staub macht oder die Leute denken, ja, der tut sich irgendwo selbst verwirklichen. Ich will zurück zu den Menschen, zurück zu den Fans. Ich will da die Sache für mich persönlich fortsetzen, wo ich die Sache mit PUR am schönsten fand, als wir noch Zeit hatten für die Fans. Auch musikalisch fand ich die Sachen damals mit am schönsten. Und ich möchte jetzt einfach diesen Menschen, die sich vielleicht jetzt wundern oder fragen, was macht der Roland Blitz jetzt allein, den möchte ich einfach meine Musik teilhaben lassen, also ihnen schenken und für sie wieder da sein. Du hast es gerade vorhin schon erwähnt, du gehst jetzt dann auf Tour auch, bist in ganz Deutschland jetzt dann unterwegs. Alleine oder hast du ein paar Musiker mit dabei? Wie muss man sich das Ganze vorstellen? Also ich habe eine tolle Band mit am Start, auch diese typische Standardbesetzung Keyboards, Schlagzeug, Bass, Gitarre und meine Wenigkeit am Gesang und auch akustische Gitarre. Und wir rocken Deutschland, wir sind unterwegs im Sommer mit sehr vielen großen Open Airs, als da wäre zum Beispiel Papenburg mit NDR 2, Meierwerft, da spiele ich zusammen mit Unheilig, mit Ich und Ich und vielen anderen Künstlern, Skorpions. Dann sind andere Schöne oben erst dabei, um dann letzten Endes im Herbst diesen Traum in Erfüllung gehen zu lassen, in kleinen Clubs, in kleinen Hallen in ganz Deutschland zu spielen und dann mit einer sehr interessanten Lightshow mein Programm vorzustellen. Und das Ganze also auch wieder richtig hautnah zum Publikum? Ja, schön klein überschaubar, hautnah, danach gibt es Autogramme, danach gibt es Gespräche. Ich möchte einfach für die Fans da sein. Ganz neu auch bei mir mein Inside-Bereich, da können sich Menschen anmelden. Ich möchte einfach versuchen, den Musiker, den Künstler Roland Bles gleichwertig erscheinen zu lassen. Das ist mein ganz großes Ziel, nahbar zu sein für die Menschen. Die können dann also mit sogenannten speziellen ganz nah dran Tickets schon beim Soundcheck dabei sein, werden begrüßt. Und dass sie einfach sehen, das sind ganz normale Menschen, die da arbeiten. Und ich fasse mich auch persönlich so auf. Ich möchte eine Zugehörigkeit schaffen, ein Gemeinschaftsgefühl schaffen bei den Konzerten. Es soll nichts Elitäres sein, weil ich jetzt zufällig den Beruf habe, dass ich da oben auf der Bühne stehe. Ich mache einen Beruf jedem anderen Mensch auch. Und zufälligerweise kann man mit diesem Beruf andere Menschen, wenn sie so wollen, dann auch beglücken und ihnen Freude machen. Und von daher lade ich die Menschen ein, auf meine Homepage zu kommen, Bless Inside, als großes Angebot. Und ich denke, sowas war in Deutschland bis jetzt auch noch nicht da. Deine Homepage, ganz kurz nochmal, dass wir es auch unten nochmal mit einblenden können. Wo muss man draufklicken, dass man überhaupt mal zum Roland Bless kommt? Ja, also diese Homepage nennt sich www.rolandbless.de, zusammengeschrieben. Und da erfährt man dann auch die Möglichkeit, wie man zu diesem Insight-Bereich gelangt. Das Besondere an diesem Insight-Bereich ist auch, dass Fans untereinander kommunizieren können. Da gibt es einen tollen Chat, da gibt es auch die Möglichkeiten von Mitfahrgelegenheiten, dass sich Fans untereinander austauschen können. Dann wird es ein Tour-Tagebuch geben, dann wird es eine tolle Bildergalerie geben. Dann wird es einfach alles um Roland Bless und um die Musik und um die Zuschauer, um die Fans, wird alles da zur Verfügung gestellt. Und ich bin mal gespannt, wie das angenommen wird. Ja, mit Sicherheit denke ich mal ganz gut. Und deine Fans von der früher hast du bestimmt noch. Ja, ich denke schon. Also der Zulauf ist gigantisch und die Leute fragen sich, was macht der Roland Bless. Und ich bin sehr, sehr guter Dinge. Aber wenn wir jetzt gerade hier von dem schönen Klamierbaus stehen, kann es schon meine Zuschauer eine kleine Einlage geben aus dem Album? Natürlich. Sehr gern. Jemand, der dich liebt Jemand, der dich trägt Für dich am Himmel Sterne zählt Jemand, der dich spürt Ganz tief berührt Und dich aus deinem Dunkel fühlt Jemand, der dich liebt Jemand, der vergibt Auch wenn sein Herz ganz tief am Boden liegt Jemand, der die Angst nimmt Und dich hält Wenn deine Welt zusammenfällt Jemand, der dich liebt Jemand, der dich trägt Für dich am Himmel Sterne zählt Jemand, der dich spürt Ganz tief berührt Und dich aus deinem Dunkel fühlt Jemand, der dir glaubt Jemand, der vertraut Für dich in seinen Träumen Schlösser baut So, jetzt haben wir gerade eine kurze Kostprobe von dir gehört Wie hieß es? Ja, das Stück heißt Jemand, der dich liebt Es liegt mir sehr am Herzen Wie natürlich alle Songs auf der Platte Aber dieser Song ist speziell ganz, ganz arg wichtig Die Songs sind recht unterschiedlich Ich habe knallige, fetzige Songs auf der CD Ich habe ruhige, besinnliche Stücke auf der CD So spiegelt sich die ganze Lebensgeschichte der letzten 10, 15 Jahre wieder auf dem Album Und ja, ich habe mir auch keinerlei Gedanken gemacht In welche Richtung nun die CD gehen soll Um irgendwelche Ziele damit zu verfolgen Ich habe einfach gerade heraus nach den tollen Erfolgen mit PUR Gedacht, ich selbst muss mir jetzt nichts mehr beweisen Verkrampfter Dinge irgendwo schielen Auf irgendwelche Erfolgsmeldungen Ich mache die Musik, die mir am Herzen liegt Und die können die Leute hören Ein Stück auf dem Album, zurück zu euch Liegt mir auch noch sehr am Herzen Die Nummer 11, das Stück Wir 6 Kilometer von hier, von diesem Garten Liegt Winnenden entfernt Und dieser Amoklauf hat uns damals alle total schockiert Und auch betroffen gemacht Wir haben versucht, die ganze Sache musikalisch zu verarbeiten Es ist mir auch sehr, sehr wichtig Um das Thema aufzugreifen Mobbing, Ausgrenzung von Kindern In Schulen, in Kindergärten bereits im frühem Alter Und ja, hört euch das mal an Es liegt mir sehr am Herzen Vielen Dank Roland Jetzt haben wir auch vorhin eine kleine Jahreszahl erwähnt Da müssten jetzt meine Zuschauer wirklich nochmal genau aufpassen Du hast nämlich noch eine kleine Überraschung Dabei Es gibt nämlich noch eine Kleinigkeit zu gewinnen Das Album, Zurück zu euch Von Roland Bless Genau, ganz neu Ganz heiß Mit vielen hoffentlich für euch auch guten Songs drauf Mit Sicherheit Mit Sicherheit Also, ihr müsst einfach die Jahreszahl Wann wurde Pur sozusagen Wann ging es bei Pur an Start? So kann man es auch, glaube ich, ausdrücken Wann waren die fünf puren Jungs zusammen? Richtig Wann haben sie gemeinsam losgelegt? In welchem Jahr? Die Jahreszahl mir schicken per E-Mail fs-press-at-t-online.de Oder sonst irgendwie, ihr kennt ja die Wege Gar keine Frage Und dann mit etwas Glück Drei CDs haben wir, oder? Wie viel können wir rausgeben? Fünf Fünf, sehr gut Sogar fünf Stück Also, ran ans Werk, Leute Prima Viel Spaß, viel Glück Und viel Spaß bei der Musik Genau Und damit würde ich einfach sagen Haben wir es eigentlich schon Mit unserem Promi-Geflüster für heute wieder erreicht Roland, ich danke dir Dass ich kurz vorbeischauen durfte Und ich freue mich, euch im Konzert zu sehen Jawohl Bis dahin Bis zur nächsten Ausgabe Sage ich wieder Macht's gut Euer Frank Stiller und Roland Pless Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss Musik Untertitelung des ZDF, 2020